Hi Freunde und herzlich willkommen hier auf dem Clip-Channel. Falls ihr neu seid, gerne mal kostenlos ein Abo dalassen, um nichts mehr rund um FIFA 23 zu verpassen. Ja und hier mein kleiner feiner Tipp, vergesst nicht die Vorschau-Packs in der Web-App zu öffnen, bis es dann am 27. offiziell losgeht. Auch auf dem Hauptkanal gerne alles abchecken. Primo Gold Vorschau-Pack, das wollen wir heute gemeinsam hier in dem Clip einmal öffnen, Friends. Falls ihr schon einige davon aufgemacht haben solltet, lasst mich gerne wissen, was euer bester Pulver. Schreibt mir das mal rein in die Kommentare, fühlt ihr euch gut, das wäre auf jeden Fall mega nice. Primo Gold Vorschau-Pack, machen wir heute auf. Wir gucken rein, was das Ganze gibt. Und Marega, nee ne, 89er Tempo? Oh oh, Bowen haben wir am Start, Butes. Wir haben gerade diese Challenge 2 SBC draußen. Und da wollen wir mal gerade reingucken. Marega, was den Gute man kostet. Gehen hier einmal raus, Marega, rein zum, nicht zu den SBCs, Transfermarktsuche. Wäre natürlich witzig, aber gut, das ist blöd. Ich glaube nicht wegen der Liga, dass der jetzt hoch gestiegen ist. Wir können mal reinschauen. Ich kann es mir nicht vorstellen, dass er mehr als das Pack kostet und alles andere auch. Ja, er ist immer noch bei 1000 ungefähr. Also Friends, das soll es dazu gewesen sein. Mein Vorschau-Pack von heute nicht vergessen. Wir haben es getestet. Vorschau-Pack bitte öffnen, nicht vergessen. Alle 24 Stunden. Holt es euch ab. Und dann bis zum nächsten Mal. Euer Flo von Archie Gaming. Ciao Leute.